Tausendmal berührt Tausendmal ist nix passiert Tausend und eine Nacht Und es hat Zoom gemacht Digger hört auf zu beleidigen Hey ihr müsst da komplett einhalten Digger Ich kann keine Waffe halten Ich kann es gleich aus Jalla Rinder was sind mit euch ihr dumme Endys Komm komm versuch's doch Haha Ich sterbe für meine Familie Und dahinter geht jeden und schuldet ihm Geld Alles klar Ja dann verdienen Hauptsache es fließt bisschen Blut Ich muss mich schon meine Adrenalinsucht befriedigen Ah sehr schön Bei mir in meiner Heimat passiert auch sowas Das ist also ganz normal Ist dieser Drohne in irgendeiner Wrack? Ey Ich lieg Bruder Digga Weiß ich bin nicht gekommen Bruder Digga Warte 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 Digga Hey Bruder war ich extra Digga Bruchlandung Ich hab keinen Tank Bruchlandung Ich hab keinen Tank Bruchlandung Die Dame hören sie mich? Züschuss Hallo Ich bin jetzt Ripped glaube ich Ich war nicht mal ich bin nicht taub ich hör dich Nö war nur eine Frage Oh mein Gott was ist das denn für ein dummer Idiot? Hallo Hallo Äh hi Du bist mir positiv aufgefallen Hi Ich sag dir ehrlich In den letzten 23 Wochen Hab ich nicht eine Frau gesehen Die so sportlich unterwegs ist wie du Da wollte ich fragen Was ist dein Geheimnis? Damit ich Meine vielleicht zukünftigen Freundin Sagen kann Ey Mach dies mach das Weil die muss mindestens so aussehen wie du Hab jetzt nur noch Ansprüche Seitdem ich dich hier gesehen hab Die Frage ist nur mit wem du redest Weil sie hat geantwortet Du guckst mich aber an Abo Abo Ja? Ey warum hast du da Du sollst mir das Zünderfett geben Ey warum hast du auf dein Handy geguckt Ey Leute weg 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 Ich hab da drauf gedrückt anstatt gegeben Weg Junge Was machst du denn hier So ein großer Feuerball Alter Und jetzt kommt hier WT in die WT in die WT in die Komm Geht hier an die Seite Und macht hinter mir eine Mauer Komm 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 Die dürfen uns halt nicht umfahren Die dürfen uns halt nicht umfahren jetzt Wir müssen die Leute die da sind jetzt weg machen Komm hier der liegt der liegt der liegt Mach die jetzt dann Mach die jetzt dann Komm die direkt Komm 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 Richtung Süden Richtung Süden Komm 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 Wir müssen die hier erst mal raus alle weg machen Komm 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 Die sind komplett im Schock Noch einer liegt Ab 1 Ach 1 Hab 1 Hab 1 Ab 1 number noch ein ich habe drei geholt aber probieren jetzt einfach mal erst mal zu retten probiert hinter mir sondern so hat egal erst mal hinter mir Lektion Nr. 1, ma'am, niemals. Nee, reicht mir schon bei dir. Viel Spaß. Los, der muss platzen. Ja, der liegt, der liegt. Hier, morgen aussteigen bei mir hier. So, hier aussteigen, hier liegt es bei der Mauer. Ich steck aus. Du schiebst mich, der Schafter. Ich steck aus bei mir. Hey, es ist der Pool, die sind free open. Pass auf, Pernilofil. Pushti, pushti, pushti weg. Schön weiter machen. Ein Drafter fährt über uns. Geht ein paar Autos, geht ein paar Autos und macht die Mauer. Was soll, wir machen mit der Mauer? Was soll, wir machen mit der Mauer? Ihr müsst jetzt sozusagen hinter die fahren. Zu deren Autos, Jungs. Zu deren Autos, Jungs. Jetzt rutscht die direkt die Einführung. Jetzt rutscht die direkt die Einführung. Einer muss überfahren von uns. Rutscht rumrund pushen, Jungs. Kommt, komm, Richtung unserer Autos, wo wir gerade an der Ferse schon. Unten auf Strass bei Wellen gefährt er. Sehr schön, der liegt. Komm, 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 komm. Pass auf, ey, fahr ich nicht so lange im Drafter. Mach da nicht, mach da nicht. Mach da nicht, mach da nicht. Kannst du mal kurz Radio aufmachen oder irgendwas? Fliegen, hallo, was machst du denn? Fliegst du denn, Vati? Ja, ich fliege, ich hänge unter dir. Bist du in der Luft? Ja, ich bin doch direkt unter dir, ich hänge doch dran. Ja, aber bei dir bin ich auch in der Luft. Ja, sag mal. Wir fliegen jetzt hier gerade Richtung Bauhaus. Supi. Also bist du richtig weit in der Luft gerade? Ja. Wie kann ich dich denn loslassen? Ich weiß es nicht. Aber nein, nicht ins SG rein. Bitte, bitte nicht, bitte. Ich krieg den Wagen nie wieder da raus. Bitte jetzt, hör auf, hör auf. Nein, mach das nicht, bitte. Kevin, bitte, bitte. Es tut mir leid. Nein, ich krieg den Wagen nie wieder hier raus. Bitte, mach das nicht. Es ist EMP. 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 Mir geht's gar nicht gut. Nein! Mir geht's auch nicht gut. Fassi, ich hab einen Hasenblut. Ich hab einen Hasenblut. Okay, Freunde, ehrliche, ich erwarte eine ehrliche Antwort von euch allen, okay? Wer von euch hat in den letzten zwei Tagen den Nonap November schon gebrochen? Hände hoch. Es tut mir leid. Ehrliche Antwort. Ehrliche Antwort. Es tut mir leid. Na ja, hebt die Hände. Ehrliche Antwort. Es tut mir leid. Einfach alle, Junge. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Stolz auf euch. Ich wollte mit den Streets nichts anderes erreichen außer dass du kniest. Und dann auf dem Boden von mir weiter liegt. Wir fahren durch die Stadt mit meinen neuen Gäsel. Die mit dir passaten mit Vertrag, dann mach hab ich mal schlappen. Und ich fliege mit dir hoch über die Straßen lang. Und ich kann dich leiden, wenn mir jemand was zu sagen hat. Mit mir zu reden ist eine...